Entlang der Isel Waldweg Seeblas Abzweigung nach Querung der Goldriedbahn Spitze Abzweigung in Matrei Auffahrt Clowns Spitze Abzweiger Rastplatz auf 1400 Meter Bauernhof am Immaclaunzer Berg Bauernhof am Immaclaunzer Berg Bauernhof am Immaclaunzer Berg Wir biegen zur Quenza Alm ab Auffahrt zur Bergstation 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier kommt der Weg von der Gornalm herauf. Untertitelung des ZDF, 2020 Bald nach dem Kalzma 3er Turtle House, rechts in den schmäleren Single hinein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020